Starting Six werden heute präsentiert von Kai Schmitz. Männer, vorweg mal kurz ein paar Worte. Erstmal muss ich sagen, ich bin richtig stolz auf euch. Ihr habt die Saison nichts geschenkt bekommen. Wir haben viele Rückschläge gehabt durch Verletzungen. Ihr habt euch immer wieder zurückgekämpft. Und ihr habt euch am Ende echt erarbeitet, dass ihr da seid, wo ihr jetzt seid. Und ich muss euch sagen, es war noch nie ein Team so bereit für die Playoffs, wie ihr das seid. Und wenn jeder Einzelne in jedem Wechsel alles gibt, gibt es auch kein Team, was euch schlagen kann. Das steht schon mal fest. Und heute fangen wir an. In der Mitte mit einem Veteran, der genau weiß, wie man Championships gewinnt. Die 77, Thomas Merck. Daneben unseren ältesten Mann, der genauso weiß, wie man alles gewinnen kann. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie du dem Gegner wieder auf den Sack gehst nachher. Die 21, Patrick Schmid. Damit die beiden Jungs arbeiten können, brauchen die natürlich ihren Motor. Und das ist die 23, Roman Fedix. In der Verteidigung rheinländisches Blut. Also gemacht für solche Spiele, die 11, Finn-Walkowiak. Das ist der deutsche Eiche aus Nieski. Die 15, Hoppe. Wenn er im Tor, der Mann, der zu Recht bester Torwart der Liga wurde, die 35, Timo Herden. Let's go! Fuck it, let's go! Let's fuck it, fuck it, fuck it! Fuck it, fuck it! Fuck it, life. Fuck it!